so hallo und jetzt willkommen zu zu lego sauer sie ist der saga vorletzte story part mit stefan ja und wir müssen noch den weg finden wir noch suchen und hier oh hier sind knöpfe ja dann drückt immer kurz und da du musst was raus stellen nicht werfen ein oder wie komme ich hoch das machst du schön wie nur noch verziehst mich ins level wird ein würde mann anders wechsel sie mich nicht mehr redet Ah ja. Ah mei. So, fangen wir mal den Pfeil an. Ah, ich kann nicht längst fahren. Ich bin rund, mein Herz ist bunt. Scheiße. Was? Weiß ich nicht. Es gibt so einen kleinen, mein Herz ist rein. Ja, komm, suchst du mal das Leil. Bin dabei. Perfekt. Ui. Ui. Boah, krass. Warum wir hier Kisten hängen? An Seilen? Weiß auch keiner. Fall, dass du durch den Zins überlebt haben. Müsstest du, äh... Das ist, äh, fluchtig, riefig. Ich weiß schon, der Aufmerksamkeit im zweiten Teil, wo Jack da ein Pulverfesser abschießen muss. Ja. Ja, ja. So sah das aus. Kraft ist zu tun, Felix. Kraft ist zu tun. Kraft ist zu tun. Weißt du nicht? Auf die Blutzung gehen? Sorry. Da ist ein... Da war... Da war so ein Thron. Da saß mal wer drauf. Ich weiß nicht, ob du dich gesehen hast. Ja. Oh. Der, der, der... Der, der... Hab keine Angst davor, wer du bist. Gib ihn mir. Den Weg nach Exegon. Willst du nur durch mich? Nein! Komm mit mir nach Exegon. Lass uns Perfettin verlieren. Der Gong. Hahahaha. Hahahaha. Darf ich mich nicht zu fremden hin? Ich darf mich nicht zu fremden hin. Das darf halt. Warum darf ich mich nicht auf den Gong setzen? Kann mich hier einfach so? Nee. Das schafft der Gong nicht. Ich töte beim Akkauer werden. Blitzen? Doch, die Blitze habe ich schon gespürt. Ja. Ah, deshalb kann sie blitzen. Mit Perfettins Enkeltochter. Ja, das ergibt fast so. Echt. Echt. Hahahaha. War das gerade ne Dating abgeraten? Lass uns mal zusammen unternehmen. Lass uns mal zusammen unternehmen. Lass uns mal zusammen unternehmen. Willst du mal mit mir essen? Geh. So klang das gerade. Ja, aber schon lag vielleicht an Übersetzung. Aber nur vielleicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich muss... Ich muss hier irgendwo... Lack nur bei mir, oder? Ja. Okay, liegt zu mir bitte. Nicht schade. Ja, lauf halt, Ray. Ist ja... Ist ja auch nicht so tragisch. Von dem her. Ja, mach halt was. Den Sprung schaffe ich nicht. Ach so brauchst du mich. Warte, wie komm ich denn zu dir? Eigentlich. Äh. Ja. Die Kiste könnte helfen. Was? Ich komme hier nicht rüber. Ach, die kann ich bewegen. Aber ich kann ohne dich nichts tun. Ja, dir hat geholfen, würde ich auch sagen. Das war zu schön, um wahr zu sein. Wo? Kann doch C3PO gehen, ja? Äh, jetzt freu ich dich hier. Ja, ich bin noch dabei, okay. Äh, muss ich haben. Hab ich jetzt schon mal erwähnt, wie unlogisch es ist, dass der Todesstern hier noch intakt ist, wieso so gut aussieht, noch eine Explosion. Ja, hast du. Echt? Kann man gar nicht so vor. Soll ich es nochmal erwähnen? Nee. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Todesstern 2... Hast du da rein? Findest du etwas, das uns auf die andere Seite bringt? Ja. Ähm. Doch so in Form geblieben ist, nachdem er explodiert ist, was... Alter, was 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 ist? 1 von 3, hast du es kurz sehen? So ein Müllschachtvieh. Äh, nicht Müllschachtvieh. Das, äh, geht das. Toll. Ist das so richtig inszeniert, damit der Droide was machen oder was zu tun hat, wirklich? Ja. Anders können wir das nicht sagen. Äh. Stop du... Oh Gott, der ist 10, du weißt nochmal. Solle Kammerperspektive. Ja, irgendwie geht das jetzt hier... So, und jetzt? So, und jetzt? So, und jetzt? Wir sind irgendeine wahre Idee. Wieso kann ich das nicht zusammenbauen hier? Ähm. Noch mehr kaputt machen hier. Mehr mehr Trümmer. Jetzt gehen wir es bauen. Toll. Ah. Wieder berechtig. Ja, ich weiß. Ist auch gut. Hör auf, das tut mir weh. Ist nicht mal Schaden, also halt's. Ja, aber... Aber meine Seele fehlt. Ja, hallo! Hm. Das könnte noch ein bisschen dauern. Ja, aber will ich noch mal was aufnehmen. Wesam öffne dich. Weil du ist ganz nah. Ich nur weiß nicht. Du sollst durch die Tür fliegen. Hä? Danke. Warum fielst du nicht da durch? Ja, wo bist du? Ja. Da wir jetzt mal... Hallo! Warum kann ich mich nicht bewegen? Ja, ich kann mich auch nicht bewegen. Hallo! Was ist... Jetzt, oder? Danke. Ja, könnte man sagen. Ja. Kann ich mal sagen. Ja. Ups. Nimm meine Hand. Und dieser Kampf ist beendet. Gib mir die Hand. Ich brotier einen Todesstern aus der Hand. Irgendwie. Ja, klar. Hahaha. Oh, wer hat da geschrieben? Ich könnte ja während der Katze mal anschauen, oder? Ja. Ich glaube, wir sind runtergefallen. Glaubst du? Tschüss. Ah, mein Internet kostet so bad, offenbar. Ich vercheck nicht warum. Aber, mein Gott. Das ist ja lächerlich. Sobald ich den Sprung nicht schaffen sollte. Ach, ich brauch ein bisschen Anlauf, oder? An was zieh ich mich grad hoch? Ach, ich kann vom Gong nicht nur abspringen. Schade. Felix. Oh, was? Bist du hier reingang, hast du das Minikit geholt? Was? Ne. Komm mal an, Stefan. Wo? 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 Warum? Am Anfang hier einfach rein. Ja. Na gut, ich komm zurück. Ey, Minikitz. Vergiss, ey. Deine Leveln ist da denkbar nicht dran. Ja, 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 ja. Hey, warum ich jetzt Schaden bekomme davon? Ja, bin Minikitz. Springen wir hier hoch. Springen wir hier hoch. Springen wir hier hoch. Irgendwie Kylo Ren Star Jäger. Ja, warum mach ich jetzt mal. Ja, muss doch irrennen. Ja, muss doch irrennen. Hey, Rennen. Warum rennt ihr nicht rüber? Ja, so halt. Wollen wir schon. Aber ich glaube, ich habe das alles für dich gerade kaputt gemacht. Wir beide wollen Pelpertin besiegen, Ray. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Ah, können wir ihn wieder töten. Also du. Das ist zwecklos. Ich kenne die dunkle Seite in die Ray. Nimm sie an. So, was mache ich jetzt hier oben? Was ist hier? So, da komme ich auch rüber, oder wie? Mir reicht's mit den Spielen. So, ich werde ehrlich gesagt schon noch dabei. Aber gut, wenn wer das natürlich nicht will, dann kann ich auch nicht helfen. Oh, da kann ich was ziehen. Achtung! Du willst nicht wirklich gegen mich kämpfen, Ray. Das bist nicht du. Wirklich. Doch, das bin ich. Du kennst mich nicht. Niemand tut das. Wo ist er eigentlich schon denn? Einfach in der Raum. Oh nein, da kommt eine Welle. Das ist die perfekte Welle. Alter, was hat sie jetzt für einen Machtsprung, Alter? Du weißt, du kannst nichts rutschen. Genauso wenig wie ich. Ich bin nicht wie du. Ich sollte vielleicht aufhören, das tut mir echt leid. Du wirst sich ja schrecklich anhören. Ja, aber warum? Mach ich ihm auch Schaden. Komm, ich meins mal. Wir bieten vier, acht Sachen, wenn ich dachte. Komm mit mir nach Exegol, damit ich mich umziehen kann. Was lustig ist, weil auf Exegol regnet jetzt auch die ganze Zeit. Oder? Weiß nicht. Hä, warum bin ich jetzt tot? Weil du auf Elektro gegangen bist. Ist ja realistisch. Mach ich jetzt hier die ganze Zeit. Sag mal, wer auf Strom geht und stimmt mal mit dem Game hier, oder wie? Ich würde jetzt gerne da rüber, aber ich kann ja nicht. Äh, soll ich ihn vielleicht umbringen? Mach ich das? Ich steche ihn jetzt durch den Bauch. Pass auf. Okay, was müssen wir da vorne zerstören? Ach so, das sind ja so Minikids. Verdammt. Das ist noch eine Welle. Ah, sieht ja nach einer Tsunami aus. Minikids kümmert wir uns mal anders, okay? Ich kann mal wieder... Riu, Jui. Zehn Kilometer macht Sprünge. Also der war... Der war softig, muss ich sagen. Ich konnte nur komplett sagen, glaube ich, plus Grievous. Oder so. Das ist ein Zweiklang der Macht. Das ist eine ziemlich große Sache, weißt du? Ja, ja, ja. Also das ist ja praktisch. Das ist, äh... Das ist so, wie wenn man, äh... Dings, äh... Und jeder, der mich kennt, äh... Da hat Stefan gerade Sport verglichen. Ja, es ist zumindest so, wie wenn man MSI gewinnt, würd ich sagen. Lol, eSports. So, jetzt ist sein eigenes T-Shirt in seinen Bauch. Hä? Was wird jetzt das? Was macht ihr da? Tanzen oder was? Benichtet euch. Los! Los! Ich wollte mir eigentlich kein Popcorn holen. Also wie der Kampf hier aussieht, das lohnt sich ja gar nicht. Ganz ehrlich so. Ey, ich mach dir keinen Schaden mehr. Aber ich kann auch nichts mehr machen. Oh, jetzt kann ich B drücken. B-b-b-b-b-b-b-b. Hält ihr sie? Äh... Ich bin ja gerade umgebracht. Das hat halt überhaupt keinen Sinn wieder ergeben gerade. Und dann einmal wieder Machthallen, einfach so zack! Hä? Äh... Äh... Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, es zu tun. Warte... Ich weiß... Fil. Ja. Konzulubanie. Was machen wir, wir können nix machen! Wir müssen zurück zur Baden! T vou, dut 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 dut! Guck mal ein Fisch! Tòsc! Das ist wohl warte für wir. dass du mit kyle wenn passiert ja hast du glaubt musik einfach ganz einfach also kantine musik ja genau aber es ist irgendwie ach dass da gibt es eine dunkle seite der film ist ja scheiße macht du mal was doch das ist ein klopf zu mir ich habe egal der nach ajan kloss zurück und der wieder in den einstein drück waren wir da schon fehlt noch ein planet stefan welcher könnte es sein weiß ich nicht weiß ich auch nicht wird sagen das war wieder schon den dings schon diese stand ja gerade zurück gewandt er doch noch nie oder ich weiß nicht ja dann dann trinke ich jetzt einen schluck wasser ein alkohol ist böse kinder wir trinken nur wasser widerling so halt ja ich hab die schlau nicht mehr beleidigt oder ich bin schon nicht mal gemobbt richtig wo ist der kann was sehr angenehm heute wäre schön wenn wir die wenn wir es doch jetzt so aufschließen können weil sein kackst du hast wo ist hier der kaibe kristall ältere überwärt wie ist es kantonik kann als kantonik was ist kantonik aber man erlaube des widerstands würde landen jetzt mal da landen jetzt mal lande kommando das lande system dann gibt es zwei millennium folgen das ist eine lustige lande kommando lande kommando da wären heute rebellen genial ach das der war des ach der war des wir haben noch nie gesehen bei wir waren noch nie hier der ist jetzt das mein pilot des widerstands und neid lee ist gestorben was ist passiert wo sind alle hin und ja also vermutlich doch haben wir eigentlich gesehen äh er weiß er nicht er zum widerstand zurück hier hinterher er kehrt zum widerstand zurück hallo lass mich vorbei ein kopf Ja, jetzt langsam langs wieder. Oh, Geschicht, ich freu es jetzt. Oh, hallo. Ein Grab. Kommt sie denn her? Kommen sie zu mir nach Hexagol, General Pryde. Entsendet ein Schiff zu einer Welt, die sie kennen. Lasst sie brennen. Ja, mein Gott. Sie wird herkommen. Ihre Freunde werden freuen. Meister Skywalker. Warum ist sie da abgestürzt? Weiß ich nicht. Ja, das sagt er. Sagt er, ja. Besonders an der Episode auch von Chichar Abrams einfach. Alter, was bin ich denn? Wer bist du denn? Sie wussten die das, woher denn? Hä? Ich weiß es nicht. Ja, was, der ist nicht stärker. Ein mächtiger Funterstuhl. Ja, sicher. Ey, warte, was muss ich? Wo ist ich hin? Ach komm. Einfach super, komm. Ja, mach das. Abschiedsgeschenke, begib dich zu Luchshütter. Ja, das machst du mal. Ja, was bin ich denn für ein Frosch? Ja, genau das wirst du, ein Frosch. Der Frosch mit der Maske, Alter. Übrigens Filmempfehlung, wenn euch langsam auch so der, äh, der Film hier so richtig auf den Sack geht, der Wichser. Guter Film. Der Wichser zwar, darf man das ja für euch besagen, aber die Filme heißen also. Ist, wer bist du denn? Das ist auch ein Frosch. Der andere Frosch mit der Maske. Ähm. Ich wünsch dir Dr. Er ist ein Dr. Novian hier. Er ist dieser? Doch schon. Ja, egal. Also, äh, mit den Abschiedsgeschenken machen wir in der nächsten Folge weiter, weil das wird dann die letzte Story Part sein. Ach so, du willst jetzt nochmal länger ziehen, oder wie? Oder geht hier im Level weiter? Nee, aber das wird ziemlich sicher demnächst dann kommen. Ja, okay. Ja, ist dir recht. Würde ich einfach nur mal schlicht sagen, Jürgen, die macht mit dir so ein. Uuuuh, äh, seos. Ciao.